ARD Text im Auftrag von Funk Vielleicht sollte ich nicht unbedingt auf Beziehungstipps hören von jemandem, der noch nie eine Beziehung hatte. Hey, seid ihr bald mal fertig? Fake dich. Nicht hier. Wenn du willst, dass die Leute glotzen, dann müssen wir ihnen schon mehr bieten. Aber warum musst du dich benehmen wie ein Mädchen? Dem das. Sieht man's auch nicht an. Aber auch nur, weil ich gerade keinen Schwanz im Mund habe. Sie lieben dich über alles, aber sie haben einfach Berührungsängste mit dem Leben, das ihr Schwule so führt. Was für ein Leben führen wir Schwulen denn? Naja, weniger Familie und Tradition, mehr Feiern, Flirten, Ficken. Ich wünschte, alle würden mal mehr Feiern, Flirten, Ficken. Ich hab Bock, dich hier und jetzt zu küchen, wie du's zulässt. In the backfire Okay, ladies, show is over. Ich liebe dich. Vielen Dank.